In der Ukraine in Kiew scheint sich die Lage jetzt zuzuspitzen. Man sieht inzwischen auch Demonstranten, die bewaffnet sind mit Pistolen und leichten Gewehren, die diese auch benutzen. In der Vergangenheit war es ja nur zu Zwischenfällen gekommen mit Knüppeln, Schläger-Truppen und viele Molotow-Kockpills, jetzt wie gesagt auch scharfe Waffen. Vielen Dank.